Licht an, Licht aus, an, aus. Gräfin Irma, wie viel wiegen Sie? Können Sie turnen? Ja, das mache ich die ganze Zeit. Die Kaiserin braucht eine Frau an ihrer Seite, die mich ersetzen kann. Und das wird nicht leicht sein. Ich überlege mir genau, wem ich erlaube, bei mir zu leben. 62 Kilogramm. Schuss! Los, los, los! Sie können bleiben. Vielen Dank, da wird sich meine Mutter sehr freuen. Sie schlagen sich besser als Ihre Vorgängerin. Wirklich? Heiß fies. Es war an Ihrer Gegenwart, als habe jemand alles Licht der Welt auf einen gerichtet. Elisabeth! Und wenn sie das Licht wieder von einem wegnahm, Franz zwingt mich an den Hof zurück. War es, als würde einem ein spitzes Stück Glas ins Herz gerammt. Tissi, als deine Freundin kann ich das nicht erlauben. Du bist nicht meine Freundin. Ich werde ab jetzt über alles bestimmen. Auch mein Körper. Ich mag dich gerne, wenn du so isst. Ich mag dich aber nicht mehr. Lach dich mal. Iss ich. Iss. Iss. Das ist ein Ehrenhaus. Das Alter ist ein Ungeheuer. Dann muss man es dann ständig benehmen. Ich habe die Kaiserin lange nicht mehr so fröhlich gesehen, wie das liegt ganz allein an mir. Ich liebe dich, Elisabeth. Sieht aus wie eine Melone. Von meinem Geschmack siehst du viel zu reizend aus. Von meinem Geschmack siehst du viel zu reizend aus.